Ich kenne Herrn Oberreuther von den Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft. Da durften wir hier immer zu Gast sein und ich wünsche ihm alles Gute zum Geburtstag. Ich bin einer der vielen Verleger von Herrn Oberreuther, der Verleger des Oldsorg-Verlages und wir haben eine Menge Bücher gemeinsam gemacht, auch für die Akademie. Professor Oberreuther ist ein exzellenter Kommunikator dessen, was Politik, was Parteien, was Demokratie in unserem Land ausmacht. Er ist ein kluger Politologe, der, denke ich, viele wichtige politische Diskussionen in unserem Land in den letzten Jahren angestoßen hat. Ich habe großen Respekt und ich wünsche ihm für sein neues Lebensjahrzehnt auch weiterhin alles, alles Gute und weiterhin so viel Kraft für sein Engagement. Dass Herr Professor Oberreuther wirklich viel hier für die politische Wissenschaft getan hat und noch tun wird. Er ist wirklich eine Schlüsselfigur auf diesem Gebiet. Ich habe mit dem Herrn Professor Oberreuther umzählige Interviews schon gemacht. Man kann ihn jederzeit alles fragen, zu allem fragen, übrigens jetzt auch noch. Und er ist schnell erreichbar, was Journalisten auch schätzen. Und er hat für alle seine kompetente Antwort. Lieber Herr Professor Oberreuther, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie der unfassend weibliche. Und ich freue mich auf Ihre Einmischung und Ihre Kommentare in den nächsten Jahren. Er hat sich auch sehr gut geeignet als Akademiedirektor, weil er es verstanden hat, auch mit den Gästen, mit Teilnehmern zusammenzusetzen, zu feiern, ein Bier zu trinken, was er dann auch nicht ganz selbstverständlich ist. Er hat sich auch sehr gut geeignet als Akademiker in den Gästen. Er hat sich auch sehr gut geeignet als Akademiker in den Gästen.